Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Abend miteinander. Guten Tag, Hans-Peter. Die Beziehung von der Schweiz zum Ausland ist gegen volkswirtschaftlicher oder die hoheistischer Natur. Im Fall von Deutschland ist das Missverhältnis sehr mühsam. Geht kaum jemand Schweizer in die Ferien, obwohl sie auch hier schöne Orte haben. Im Gegensatz zum Tessin oder Südaujoba hat es natürlich noch mehr Deutsche. Also, die, die sie zum Arbeiten zu uns schicken, sind keine Ecke, bügelen gut, sportlich, jung, typtop für AHV, ich habe eine Ankerkasse. Man müsste einfach schauen, dass die auch wieder in ein Echtzeitung retour gehen. Das ist das Sprichwort von Max Frisch. Man hat die Arbeitskräfte gerufen und es kommen Deutsche. Ja, Steinbrück. Da gibt es einen Job für einen Anbiet. Irgendein Bundesamt oder so. Der hat einen schönen Kollegen. Aber ich weiss auch nicht. Ohne Wahlkampf ist der vielleicht auch eine Lamienter. Fertig. Dinkов. Da kann sein, wenn die